Dieter Herzog ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der im Jahr 1974 in der deutschen Fußballnationalmannschaft Fünfländerspiele absolviert und auch an der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland teilgenommen hat. Mit Fortuna Düsseldorf und Bayer 04 Leverkusen stieg er 1971 bzw. 1979 in die Bundesliga auf. Laufbahn Vereine Herzog durchlief ab dem 8. Lebensjahr die Jugendklassen im Stadion am Dickenstein bei der Spielvereinigung Stärkrade 06-07, spielte aber anfangs parallel noch Handball bei Stärkrade 69. Aufgrund seiner Fähigkeiten spielte er bereits mit 14 Jahren in der A-Jugend der Spielvereinigung. Mit dem höherklassigen Fußball kam die talentierte Offensivhoffnung erstmals nach seinem Wechsel zum VfB Bottrop, mit dem er 1965 66. in der damaligen zweiten Klasse der Fußball-Regionalliga Westantrad in Berührung. Bei den schwarz-weißen vom Jahnstadion absolvierte er an der Seite von Torhüter Fred Werner Bockholt ein und 30 Ligaspiele und erzielte sechs Tore. Als 17. stieg Bottrop aber wieder in die Amateurliga Niederrhein ab. Herzog feierte 1966 67. mit dem VfB die Meisterschaft und die umgehende Rückkehr in die Regionalliga. Zog aber zur Runde 1967 68. eine Veränderung zum Regionalligisten Hamburg 07 vor. Bei den schwarz-gelben Hamborner Löwen absolvierte er von 1967 bis 1970 in drei Runden 96 Regionalligaspiele und erzielte dabei 27 Tore. Trotz den zeitweiligen Mitspielern Hans-Werner Harte, Klaus Kunkel und Heinz Versteg konnte der Mann aus Stärkrade sich mit den Sportfreunden nicht in die vorderen Tabellenränge spielen. Seine Klasse am linken Flügel war aber dem Bundesliga-Aspiranten Fortuna Düsseldorf nicht verborgen geblieben und Herzog nahm zur Saison 1970 71. einer DK-Sekunde Angebot aus Düsseldorf an und wechselte zum Turn- und Sportverein in den Stadtteil Flinngern. Die Regionalliga-Runde 1970 71 wurde an der Tabellenspitze zu einem Dreikampf der Spitzenteams VfL Bochum, Wuppertaler SV und Fortuna Düsseldorf. Den übrigen Westregionalligisten weit überlegen, der SC Fortuna Köln kam mit 39 zu 29 Punkten auf den vierten Rang, entwickelte sich ein völlig ausgeglichenes Rennen um die zwei Plätze zur Teilnahme an der Bundesliga-Aufstiegsrunde. Am Ende wurde Bochum mit 56 zu 12 Punkten vor der punktgleichen Fortuna Meister der WSVK mit einem Zählerrückstand auf den dritten Tabellenplatz. Herzog hatte in 34 Spielen 13 Tore erzielt und dabei mit rechtsaußen Rainer Gey eine überdurchschnittlich gute Flügelzange mit Torgefahr gebildet. In der Aufstiegsrunde setzten sich beide Westvertreter durch und stiegen in die Fußball-Bundesliga auf. Sein erstes Spiel in der Bundesliga absolvierte er am ersten Spieltag der Saison 1971, 72., den 14. August 1971, im neuen Olympiastadion gegen den FC Bayern München. Unter Trainer Heinz Lukas absolvierte Dieter Herzog in seinen ersten drei Bundesliga-Runden von 1971 bis 1974 alle 102 Spiele und erzielte dabei 23 Tore. In den Runden 1972, 73. und 1973, 74. belegte er mit Fortuna zweimal den dritten Rang und zog jeweils in den UEFA-Cap 1973, 74. und 1974, 75. ein. Gey und Herzog bestätigten auch in der Bundesliga ihre Klasse als Flügelstürmer und wurden bereits im Jahr 1972 in der Fußball-Nationalmannschaft eingesetzt. Herzog debütierte am 14. November 1972 in der B11. Als Fortuna Düsseldorf in der Saison 1975, 76. unter Trainer Josef Piontek mit dem Punktekonto von 30 zu 38 Zählern lediglich den zwölften Rang belegen. Konnte, beendete Dieter Herzog mit dem Heimspiel am 4. Juni 1976 gegen den 1. FC Kaiserslautern sein Engagement bei Fortuna. Beim 5-zu-1-Erfolg verabschiedete er sich mit drei Treffern. Er hatte von 1971 bis 1976 für Düsseldorf in 167 Bundesligaspielen 40 Tore erzielt. Er unterschrieb zur Runde 1976-77. beim Zweitligisten Bayern 04 Leverkusen einen neuen Vertrag. In seiner dritten Saison in Leverkusen 1978-79. gelang es ihm unter Trainer Willibert Kremmer und mit den Mannschaftskollegen Fred Werner Bockholt, Jürgen Gelsdorf, Walter Posner, Peter Klimke, Klaus Bruckmann, Thomas Hörster, Peter Schech und Matthias Brücken durch den Meisterschaftsgewinn vor Bayer-Uerdingen den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga zu realisieren. Er hatte in drei Runden Zweite Bundesliga 110 Ligaspiele bestritten und 23 Tore erzielt. Der 33-jährige Routinier gehörte auch im ersten Jahr Bundesliga 1979, 80. zu den Leistungsträgern der Bayer 11, die mit dem 12. Rang den Klassenverbleib erreichte. Mit seinem Einsatz am 21. Mai 1983 beim Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf verabschiedete sich der 36-jährige Offensivtechniker aus der Bundesliga. Insgesamt stehen für Herzog von 1971 bis 1983 in der 1. Liga 250 Spiele mit 46 Toren zu Buche. Hinzu kommen in seiner langen Spielerkarriere von 1965 bis 1983 in der Regionalliga West noch 161 Spiele mit 46 Toren und in der 2. Bundesliga Nord. 110 Spiele mit 23 Toren Erstmals in den Fokus der DFB-Auswahl kam der schnelle und torgefährliche Linksaußen im zweiten Jahr Bundesliga 1972-73 still, als er mit Fortuna Düsseldorf den dritten Rang erreichen konnte. Er wurde am 14. November 1972 in der B-Nationalmannschaft beim 3-1-Sieg in Winterthur gegen die Auswahlmannschaft der Schweiz eingesetzt. Damit Siegfried Held, Jupp Heynckes und Erwin Kremers starke Konkurrenten vorhanden waren und auch noch Bernd Hölzenbein am 10. Oktober 1973 in der Nationalmannschaft. Debutierte, schaffte es der Düsseldorfer Angreifer erst in der unmittelbaren WM-Vorbereitung 1974 in die Mannschaft des Bundestrainers Helmut Schön. Davor bestritt er sein einziges Länderspiel für die U23-Nationalmannschaft, die am 5. September 1973 in Essen mit 2 zu 3 gegen die Auswahlmannschaft Polens verlor. Bei der 0 zu 1 Niederlage am 23. Februar 1974 in Barcelona gegen Spanien wurde er erstmals in der A-11 zum Einsatz gebracht. Am 27. März bildete er mit Jürgen Grabowski das deutsche Flügelpaar beim 2 zu 1 Erfolg in Frankfurt gegen Schottland. Es folgte am 30. April ein weiterer Test in der B-11 in Kiel gegen Schweden, bevor er ab dem 29. Mai am Abschlusslehrgang mit den anderen 21 Spielern des Kaders für die Weltmeisterschaft in der Sportschule Malente teilnahm. Während des Weltmeisterschaftsturniers 1974 absolvierte er am 26. und 30. Juni die Zweitrundenpartien gegen Jugoslawien und Schweden, die mit 2 zu 0 und 4 zu 2 Toren die erhofften Siege beim Weg zum Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft brachten. Sein fünftes und letztes Spiel in der Nationalmannschaft bestritt Herzog am 4. September 1974 beim 2 zu 1 Erfolg in Basel gegen die Schweiz. Wo auch die Vereinskameraden Guy und Wolfgang Seel zum Einsatz kamen. Nach der Karriere, nach Beendigung seiner Spielerlaufbahn blieb er noch über Jahre hinweg bei Bayer Leverkusen und arbeitete dort in den Bereichen Verwaltung und Scouting. In seiner Heimatstadt Oberhausen betreibt er einen Tabakwarenladen mit einer Loto-Annahmestelle. Statistiken Bundesliga Zweite Bundesliga Regionalliga DFB-Pokal Europa-Pokal Siehe auch Deutschland bei der WM 1974 in Deutschland.